Deswegen frag ich nochmal, Ladies, gibt es ein Girls Code? Weil das geht nicht. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Westlady Thompsons Talkshow live aus dem Hotel Friends in Düsseldorf. Ich hoffe, euch geht es gut soweit. Ich hoffe, ihr habt mein letztes Video mit Onkel D genossen. Falls nicht, checkt es auf jeden Fall ab. Link ist in der Beschreibung. Ansonsten würde ich mich über ein Abo und ein Like über dieses Video freuen. Dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lange drum herum. Und wie ihr den Titel entnehmen könnt, reden wir heute über Freunde und Freundschaften und Dinge, die halt wichtig sind und allem drum herum. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Und ich würde sagen, viele sagen halt oder behaupten zumindest, Freunde sind das Wichtigste im Leben oder sind sehr wichtig für einen. Für mich persönlich muss ich sagen, Freunde sind ein schönes Plus im Leben. Braucht man sie wirklich? Ich weiß es nicht so genau, um ehrlich zu sein. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man Freunde so dringend braucht. Ja, es ist sehr schön, Freunde zu haben. Manchmal ist es sehr nice, Leute um sich herum zu haben. Aber who checked on you? So weißt du, was ich meine? Am Ende des Tages muss ich manchmal fragen, wer fragt nach dir, wer fragt, wie geht es dir? Die ist das Trailerla. Und wenn manche, manche macht es einfach nicht so. Und deswegen, für mich persönlich, ist Freunde ein sehr schönes Plus im Leben. Aber sind sie grundsätzlich so wichtig, wie man es heutzutage sagt? I don't know. Auf jeden Fall dann zum Beispiel, ich muss sagen, heutzutage entstehen Freundschaften sehr komisch durch Social Media und alles drumherum. Es hat einen nicen Beigeschmack, aber irgendwo finde ich, diese Freundschaften sind alle sehr oberflächlich, muss ich sagen. Weil du weißt nicht viel über diese Person. Du lernst dich über Social Media kennen. Jeder kann sich über Social Media präsentieren, wie er will. Und deswegen sind es sehr oberflächliche Freundschaften. Weil nach welchen Werten bewertest du, mit wem du jetzt cool bist oder nicht. Weil ich kann auch dasselbe posten, was du posten und dann auf einmal sind wir Freunde so. I don't know. So, deswegen finde ich zum Beispiel, das ist halt so ein bisschen schwierig mittlerweile, wie die Freundschaften heutzutage alle verlaufen oder wie die zusammenkommen. Zum Beispiel finde ich auch, es gibt zum Beispiel auch sehr viele Arten von Freundschaften. Zum Beispiel, ich habe Freunde, mit denen weiß ich, ich kann nur in einer Gruppe mit denen chillen. Oder ich kann mit dem Einzelnen so essen gehen, dies, das, weil der weiß die guten Spots, so der weiß, wo man essen kann, dies, das. Dann gibt es wieder diese Freunde, mit denen kannst du alles machen, so du kannst mit denen die Welt bereisen, dies, das. Und es gibt ja noch Freunde, mit denen kannst du halt nur so in einer Gruppe was machen, weil du alleine mit dem nicht klarkommst. Aber ich bin trotzdem ein Freund, man mag es nicht so, man versteht sich aber halt nicht alleine, weil der geht dir dann nach einer Zeit feucht auf die Nerven einfach oder sonst irgendwas. Diese Art von Freundschaft gibt es halt auch. Und ja, deswegen ist es so. Und dann zum Beispiel finde ich halt, es sollte in einer Freundschaft auch wichtig sein, dass man voneinander profitieren kann, was aber auf einer 50-50-Masis beruhen sollte, wo ich was von dir haben kann. Sagen wir mal, ich ziehe irgendwie weiter oder entwickle mich weiter und komme zu einem Punkt, wo ich meinen Freunden helfen kann. Dann solltest du auch deinen Freunden diese Möglichkeit geben zu helfen, weißt du, ich meine. Aber es sollte nicht sein, dass jemand zum Beispiel nur von dir nimmt und du gar nichts davon hast, weißt du, dann ist diese Freundschaft so. Mittlerweile sehe ich sehr viele Freundschaften, die darauf beruhen, dass jemand nur von dir profitiert und nur was von dir nimmt und du hast eigentlich gar nichts von dem. Du bist mehr ein Mehrwert für den, als der für dich, der ist eigentlich nur ein Ballast. Deswegen finde ich halt, Freundschaften, man sollte sich gegenseitig mitziehen und gegenseitig motivieren, statt nur, dass der eine immer was macht und dann zum Beispiel, dass dann halt der andere sagt, ja, der verändert, weil der jetzt das und das macht und so. Weil ganz ehrlich, wenn du irgendwas machst in deinem Leben und du Erfolg hast, dann entwickelst du dich weiter. Und wenn du dann meinst, auf der Strecke stehen bleiben zu müssen, was soll ich machen? Ich habe dir das angeboten, ich habe dir geholfen, versucht zu helfen, du wolltest das Angebot nicht annehmen, was soll ich machen? Wisst ihr, was ich meine? Und eine Sache, die ich für mich persönlich entdeckt habe, ist so zum Beispiel, ich finde zum Beispiel, Männerfreundschaften entstehen viel natürlicher irgendwie, als die von Frauen. Kann das sein? So, weil ich habe das Gefühl manchmal, so bei Männern ist es so ganz normal, man trifft sich irgendwo oder durch Freunde lernt man sich kennen und dann ist man so cool miteinander. Aber Frauen habe ich das Gefühl, manchmal ist es so irgendwie sehr random, so du gehst auf die Toilette, die gehen auf die Toilette im Club, auf einmal, die geht auch auf die Toilette, die sagt, oh, ich habe Locken, du hast auch Locken, Best Friends! Oder, ja, du gehst zu Aldi, du greifst gerade an die Ananas, die andere greift auch an die Ananas. Sie sagt, oh mein Gott, du willst gerade dieselben Ananas nehmen wie ich? Lass uns doch beste Freunde werden. So random unter den, oder zum Beispiel, ihr wurde das Herz von dem Typen gebrochen. Dann sagt die, mir wurde auch das Herz von dem Typen gebrochen. Oh mein Gott! Lass uns doch beste Freunde werden. So random, einfach Frauen werden durch die randomsten Gründe immer befreundet. Wenn du die meisten Frauen fragst, wie die sich kennengelernt haben, boah, eigentlich mochte ich die vorher gar nicht, aber dann und dann und dann und dann, höh, like, what? So, no front an Frauen, so, ne, aber ich finde halt, das ist meine persönliche Meinung, vielleicht liege ich auch falsch. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich mich da täusche, oder ob ihr das genauso seht. Auf jeden Fall finde ich es halt manchmal sehr random, wie so Frauenfreundschaften entstehen, und deswegen halt, ja, und ein Grundstein einer Freundschaft sollte sowieso Loyalität sein, zum Beispiel. Wisst ihr, was ich meine? So, sagen wir mal, du bist an einem Ort und deine Freunde oder die Leute um dich herum reden schlecht über einen Kumpel von dir. So, entweder, da gibt es zwei Optionen, die du hast. Entweder du sagst, ey Leute, hört mal zu, das ist ein Kollege von mir, redet nicht so über den, so, 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 oder du verlässt diesen Ort und gehst weg. Weil wenn du da sitzen bleibst und nichts sagst, aber zuhörst, dann bist du nicht loyal. Dann bist du kein korrekter Freund, sag ich dir ehrlich. Weil du hörst trotzdem zu, wie die Leute schlecht über deinen Kollegen reden. Das geht nicht. Deswegen, lieber gehst du da weg oder du unterbrichst das, sagst den Leuten, hört mal zu, das, was ihr macht, ist nicht gut, ist nicht korrekt, so, man redet nicht über andere Leute, dies, das. Und das ist so eine Sache, die halt viele mittlerweile einfach nicht mehr machen, so. Die sagen dann so von wegen, ja, ich saß, aber ich hab nichts gesagt, Das ist auch nicht korrekt, das ist auch nicht der richtige Weg. Sagen ich euch offen und älter, deswegen so zum Beispiel. Und zum Beispiel auch, finde ich es sehr schade, wie viele Freundschaften mittlerweile kaputt gehen wegen Beziehungen oder alles drumherum. So zum Beispiel so Freunde, die auf einmal, außerdem bist du so day one mit den die ride or die, sorry, ride or die, lol. Und auf einmal, so, die haben eine Beziehung, die verschwinden einfach. So, dann kommen die paar Wochen später, kommen die wieder zurück und fragen so, und du redest mit denen, sagen so, ja, es lief nicht, dies, das. Dann sagen die so, was hast du eigentlich von denen gehalten? Dann sagst du deine Meinung, sagst so, ja, ich fand die eh schon, die war for the streets. She belongs to the streets. Und so, und dann, ja, eine Woche später kommen die wieder zusammen und dann bist du die Person, die dann schlecht über ihren Partner geredet hat. Dann siehst du einfach wie ein Idiot aus. So, und was soll man da machen? Was soll ich da jetzt machen? Deswegen, ich persönlich feiere das generell nicht, wenn Leute eine Beziehung haben und dann auf einmal einfach vom Erdboden verschwinden, so, sowas feiere ich gar nicht, da habe ich auch keine Toleranz für. Wenn du das machen willst, mach das, aber dann bleib von mir fern, weil ich habe mit sowas gar nichts zu tun. Oder, kennt ihr diese Cockblocker-Freunde? Eigentlich sind Cockblocker ja immer Frauen, aber kennt ihr diese Jungs, die Cockblocker sind? So, du bist irgendwo, du machst diese Chillings, so mit ein paar Leuten, du merkst so, zwischen dir und einem Mädchen ist so diese Chemie da, ihr guckt euch an, ihr gebt euch diese Blicke links, rechts, so, 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 du weißt ganz genau, es könnte jetzt was passieren. Aber dieser eine Kollege, der sitzt da und der wartet immer noch, der will nicht rausgehen, der erkennt sogar, du gibst ihm diese Hints, du sagst, ey Bruder, diese links, rechts, der soll mal raus, und der denkt sich, ey Bruder, lass mich doch mitmachen. Bro, geh doch einfach raus, so, gönn mir doch. Aber nein, der sitzt einfach da und denkt sich, nein, weißt du was, ich will auch. Stur, nein Bruder, lass mich mitmachen, so, so, Cockblocker, nein, don't do it, Bro, so, gönn dein Bruder, wenn für dich heute nicht ein Tag ist, dann gönn dein Bruder, doch trotzdem, weißt du was ich meine. Deswegen, so Sachen zum Beispiel gehen gar nicht. Deswegen braucht man immer diesen einen Freund, wo du weißt, wenn es um gewisse Sachen geht, du kannst es mit dem machen, der versteht dich, dass diese Iniesta Messi mäßig, diese Laufsäge, one touch play, all one touch, and again, look at the white shirts, they have no chance. Deswegen, ihr wisst ganz genau, jetzt durch Lücke spielen, der weiß ganz genau, jetzt mach ich den rein. So, weil, du brauchst immer diesen einen Kollegen, der ganz genau die Zeichen erkennt, wann er gehen muss, wann er bleiben muss, wann er die Freunde ein bisschen einlullen muss. Ihr wisst ganz genau, diese Tu, was, Tu, muss wichtig sein. Wisst ihr, was ich meine? Diese Tag Team abklatschen. Barry! So, diese Basis ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, sag ich euch ehrlich, das müsst ihr auf jeden Fall beachten. Und dann gibt es einen Bro-Code, die viele Jungs, viele, wirklich, viele, viele Jungs, das kann ich aus meiner Perspektive sogar selber sagen, viele Jungs brechen. Und das ist, Jungs, die bei anderen Frauen, andere Jungs schlecht reden. So, ganz ehrlich, warum? Warum? Guckt mal, ich sag euch jetzt ehrlich, wenn du ein Junge bist und du das schon mal gemacht hast, und du ein Mädchen dadurch klar gemacht hast, schreib mir bei Instagram und sag mir, wie du das gemacht hast, weil sowas bringt keinem was. Du wirst dadurch nicht in dem Bessungsrampenlicht stehen, dass das Mädchen einmal sagt, ah, du hast recht, das ist voll der Scheiß-Typ. Egal, weißt was, ich smash jetzt mit dir so. Nein, das klappt nicht. Deswegen, hör auf damit, dass ein Broke-Code, mach einen Bruder nicht bei einer anderen Frau schlecht, nur damit du besser dastehst. Wer macht sowas? Und dasselbe geht auch für Frauen. Ladies, genau dasselbe geht auch für Frauen. Weil ich kenne solche Leute, die sowas machen. Am Ende des Tages, du gehst zu einem Mädchen hin und sagst zu der, guck mal, Wesley, ist voll der Spassi, mach nix mit dem, und so, und so, Dann kommt die zu mir und erzählt mir das, dass du das über mich gesagt hast. So, dann komme ich zu dir und dann bist du der Dummkopf und sagst, fängt an zu stottern. So, warum? Weil du einfach insecure bist oder weil du unsicher bist, weil du mich als Konkurrenz bist oder was auch immer. Und ich rede jetzt nicht von mir als Person persönlich, sondern das ist einfach nur ein Beispiel. Deswegen, sag ich euch ehrlich, das ist ein Broke-Code, es sollte generell ein Code für alle sein, so, wo ich mir denke, Jungs, Ladies, macht sowas nicht. Das ist einfach unnötig. Wenn du bei jemandem nicht punkten kannst, weil du nicht für dich selber bist, dann Pech, es gibt irgendwer anderes, der es bestimmt gut finden wird. Aber so, really, na, ist noch worth it. Und dann habe ich eine Frage an euch, Ladies. Gibt es bei euch einen Girls-Code? Weil manchmal habe ich das Gefühl, bei euch gibt es keinen Girls-Code, weil ihr macht alles, ich habe das Gefühl, viele Frauen machen vieles, um herauszustechen. Weil so wie ihr eure Freundinnen manchmal rausgehen lasst, ne, wow. Ihr wisst ganz genau, deine Freundin kann nicht auf High Heels laufen, du lässt sie trotzdem mit High Heels rausgehen und die sieht dann aus wie Bambi, der in beide Beine geschossen wurde. So, what's going on? So, why? Oder manchmal deine Freundin, ihr Make-up sieht aus, wo ich mir denke, du hast das doch gesehen. Warum machst du das? Ich habe das echt Gefühl, manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Frauen von euch, ihr seid echt böse, dass ihr extra eure Freundinnen schlecht herausgehen lasst, damit ihr besser aus ihr heraussticht. So, wenn das so ist, ne. Don't do that, man. Ihr wollt doch, dass ihr alle zusammen scheint, so, wisst ihr was? Ich meine, ihr müsst als Gang glowen, so, nicht du alleine. Deswegen, sowas zum Beispiel, deswegen frage ich nochmal, Ladies, gibt es ein Girls Code? Weil das geht nicht. Und wie geht ihr da vor so? Weil ich verstehe das nicht. Es kann nicht sein, dass du deine Freundin rausgehen lässt und die so aussieht, Mann, das geht echt nicht. Das waren so ein paar Dinge, die ich, was Freundschaften angeht, loswerden wollte. Falls ihr da noch andere Sachen habt, die ich vergessen habe oder die ihr ergänzen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare, ihr wisst ganz genau. Like dieses Video, abonniert meinen Kanal, checkt die letzten Videos ab, die ich gemacht habe und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Peace. Peace.